Hallo und herzlich willkommen zurück zu Foundation. Hier ist wieder euer Tika. Es geht nach längerer Zeit geht es hier wieder weiter in einer sechsten Folge. Die letzte Folge war der König ruft, aber ich wollte hier noch ein Stück weitermachen. Ist ja wohl logisch. Wir sind ja erst bei der fünften Folge gewesen. Es war eine kleine Pause dazwischen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich mal wieder irgendwie ganz andere Dinge im Kopf hatte. Aber, ich muss mich hier erstmal wieder reinspielen, Leute. Wir haben hier beim letzten Mal eine Weizenfarm gebaut. Und wenn man mal länger nicht spielt, dann kommt man immer so ein bisschen durcheinander. Erntefelder, für was haben wir hier eigentlich die Felder errichtet? Frage ich mich. Da bauen die sowieso nicht an. Aber wir haben hier drei Angestellte. Okay, und die Fischerhütte ist auch fertig. Wir haben eine Fischerin, die geht fischen. Das ist auch okay. Zwei Dorfbewohner haben keinen Platz für Wohnraum. Hier haben wir unser Lagerhaus. Das ist auch schon ziemlich rappelvoll. Ich stecke fest, während ich zur... Was? Ah, okay. Hier hat irgendeiner ein Problem. Ich verstehe die Problematik gerade nicht. Aber wir können jetzt Fisch verkaufen, denke ich mal. Was haben wir denn hier? Hier wird der Fisch verkauft. Schauen wir doch mal einfach auf die Warenliste. Wir haben Fisch. Ja, wir können jetzt Fisch weiterverarbeiten. Oder nicht weiterverarbeiten, sondern wir können Fisch jetzt verkaufen hier am Markt. Wir haben nach wie vor unsere Beeren. Wir haben, äh... Waren haben wir doch auch irgendwo hier gehabt. Beeren. Und das hier waren... Gewöhnliche Kleidung haben wir auch. Da haben wir sogar jede Menge davon. Auftrag abgeschlossen. Schicken Sie die Soldaten ins Königreich. Okay, das haben wir geschafft. Wir haben Soldaten ins Königreich geschickt. Und haben Wein bekommen. Ja, wir haben Wein bekommen. Okay, dann machen wir das hier mal zu, das Fenster hier. Das Fenster machen wir auch zu. Ja, nach wie vor haben zwei Dorfbewohner keinen Platz. Das ist natürlich schlecht, wenn die keinen Platz haben. Gucken wir uns jetzt hier mal um. Okay, hier wird auf jeden Fall kräftig gebaut. Das heißt, kräftig gebaut hier wird kräftig gefischt. Hier unten. Äh, kräftig gebaut werden muss jetzt aber auch. Wir müssten hier irgendwie versuchen. Abbau. Wohngebiet. Ein weiteres Wohngebiet brauchen wir. Ich würde sagen, wir machen das hier in dem Bereich. Genau, Abbau können wir hier wegnehmen. Dann können wir hier wegnehmen, den Abbau. Ne, hier haben wir noch. So. Ja, wir warten natürlich jetzt auf jeden Fall, bis wir die nächsten, die nächsten 500 Goldbahnen zusammen haben, um unser Gebiet zu erweitern. Ah, wenn wir könnten. Schauen wir mal. Fischehütte haben wir, Speicher haben wir, Sägewerk haben wir, Brunnen haben wir, Steinbruch, Holzfällerlager, Sammlerhütte haben wir. Forsthaus, Milchbauernhof, Käser. Weizenfarm, Windmühle. Ich würde sagen, wir bauen eine Windmühle. Wäre schön, wenn wir die einfach mal so hier her setzen könnten. Eine Windmühle und daneben eine Bäckerei. Oh, die kostet uns aber 300 Gold. Sicher. Ah, wir haben aber, oh, wir haben ordentlich Gold ausgegeben. Gut, aber wenn wir eine Windmühle haben, dann brauchen wir auch noch einen zweiten Markt. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier noch einen Markt bauen können. Lebensmittelstand für Brot. Einen zweiten Markt. Entbauen wir hierher. Lebensmittelstand. Ein Schild für Lebensmittel. Setzen wir auch noch dazu. Und vielleicht ein grünes Zelt. Genau, setzen wir noch ein grünes Zelt dazu. und beginnen mit dem Bau. Aber können wir nicht, weil wir wieder nicht die Goldmünzen haben. Ist aber auch ärgerlich. Es sei denn, wir kriegen die irgendwie zusammen. Bau beginnen. Ja, genau. Wir beginnen den Bau. Und es kann losgehen. Ein unglücklicher Dorfbewohner verlässt uns. Dann haben wir hier die Schneiderei. Da arbeitet immer noch die Emma. Priester haben wir noch keinen. Tja, wir haben eine Kirche, aber kein Priester. Und ich frage mich, wo haben wir eigentlich unsere Holzfällerhütte. Die haben wir hier unten. Ich würde gerne noch eine zweite Holzfällerhütte bauen. Und zwar Holzfällerlager. Das kann man hierher bauen. So, dann werden wir mal gucken, wie weit wir heute hier kommen in diesem Video. Das ist jetzt auch schon seit 10 Minuten, glaube ich, läuft. Ich versuche mich immer so zeitlich auf eine halbe Stunde einzuschießen. Ich denke mal, das ist für so ein Let's Play eigentlich ganz normal. So eine halbe Stunde. Dann gucken wir mal, was wir hier in unserem sechsten Video so erreichen können. So, die Mühle ist am Bauen hier unten. Hier tut sich schon was. Was brauchen wir denn hier? Werkzeuge. Haben wir denn überhaupt Werkzeuge? Ne, haben wir nicht. Ja, woher auch? Wir müssen handeln. Haushalt. Handel. Nachbarstädte. Verkauft. Werkzeuge. Wir kaufen Werkzeuge. Und zwar einfach mal 20 Stück, würde ich sagen. Kaufen bis zu diesem Wert. Genau. Mal schauen, ob wir unser Werkzeug zusammenbringen. Wir sind in einem Minusbereich. Das sehe ich hier oben gerade. Wir sind aber gewaltig in einem Minusbereich. Die Frage ist nur, warum? Warum sind wir so weit im Minus? Fisch haben wir jetzt auch. Früchte. Henry verkauft die Beeren. Bevorraten. Fisch wollen wir doch gar nicht bevorraten. Fisch tun wir nicht bevorraten. Isabel kümmert sich um den Fisch. Und die Kleidung der Robin. Das hat sich nach wie vor nicht geändert. Auch hier im Speicher sind noch alle beschäftigt. Dann schauen wir mal. Handel. Wir haben ja Handel hier unten aktiviert. Kauft Brot. Werkzeug und Waffen. Brot haben wir leider eben noch nicht. Aber wir werden schon irgendwie am Brot rankommen. Wir haben jetzt aber auch wieder 130 Goldbarren. Das heißt, es tut sich wieder was. Dorfbewohner einstellen. Das macht die Gwyneth. Okay, Müllerinnen. Da brauchen wir zwei davon. Die Virginia und die Gwyneth kümmern sich hier in der Mühle um alles weitere. Und dann können wir mal hier so ein bisschen rein zoomen. Oder so ein bisschen reingucken. Hier in unser kleines Reich. In unser kleines Dorf. Wo sich ja doch schon einiges tut. Hier ist es schon ziemlich lebhaft mittlerweile. Man höre und staune. So, und die Windmühle arbeitet auch schon. Jetzt fehlt uns die Bäckerei. Jetzt fehlt uns die Bäckerei. Und wenn wir... Dorfgewirr, Herrenhaus. Ich müsste mal ein Herrenhaus bauen. Hauptgebäude. Fünf Gold. Gucken wir mal hier. Ein Herrenhaus. Das können wir auch hierher bauen. Gucken wir mal hier. Eine Tür. Bau beginnen. Als nächstes bauen wir das Herrenhaus. Das ist so das Haus vom Bürgermeister. Das werde ich sein. Aber ich glaube mit einem Herrenhaus können wir dann auch mehr Gold horten. Das ist natürlich so immer ein bisschen wenig. 500 Gold ist eindeutig zu wenig. Man muss immer genau abpassen, ab wann man denn dann 500 Gold hat. Gut, wir haben eine Mühle. Wir haben eine Weizenfam. Uns fehlt halt jetzt, wie gesagt, die Bäckerei. Gut, wir bauen ein Herrenhaus. Und hier ist auch schon... Die Holzfällerei ist hier auch schon da. Und die können dann auch schon mal anfangen, hier so ganz gewaltig... Holz abzubauen. Und ich würde sagen, Fisch bevorraten. Warum müssen wir den bevorraten? Liefere Fisch verbleibende Tage 27. Ah, wir müssen das ja im Speicher ver... Ah. Leute, das kann nicht funktionieren. Wir haben kein Fisch im Speicher. Da müssen wir denn hier maximaler Lagerbestand... Packen wir mal hier rein. Gebäudeteil, Fisch hier. Hier gibt es kein Fisch. Warum gibt es hier kein Fisch? Hier wird auch fleißig Fisch geangelt. Eisen, Mine, Eisenschmelze, Böttcherei, Köhlerei und Schmied sind jetzt verfügbar. Hm, okay. Ja, da müssen wir uns erstmal finanziell wieder ein bisschen berappen. Sorry, im Hintergrund bimmelt immer wieder mein Handy. Das ist leider so. So, das Herrenhaus wird gebaut. Was würde denn die Bäckerei kosten jetzt hier? 300 Gold, ja, das haben wir ja gesagt. Genau. Die Windmühle 200 Gold. Okay. Dann werden wir wohl auch noch einen Speicher bauen müssen. So, machen wir das jetzt auch. Ich baue hier mal einen Speicher. Wir haben mittlerweile 49 Einwohner hier in unserer Siedlung. und hier hat immer noch, ich stecke fest, während ich zur Fischer-Hütte. Ich stecke fest. Ach, der steckt da fest. Das ist aber gar nicht gut. Der steckt da original fest. So, wir entsenden wieder Truppen. Äh, ich habe jetzt zur Fischer-Hütte mal einen neuen geschickt. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Also ansonsten ist die Buggy, die Fischer-Hütte, aber der steckt immer noch fest. Das ist, das ist doch, das kann ja nicht sein, oder? Ist der feststeckt? Fischer-Hütte. Dann reiße ich die Fischer-Hütte jetzt hier weg. Abbrechen. Löschen. Okay, die müssen wir löschen. Ich glaube, das ist Buggy hier unten. Ich habe die Fischer-Hütte hier weggerissen und habe eine neue aufgestellt. Ich meine, das frisst halt jetzt wieder unheimlich viel Zeit, so eine Aktion. Leider ist es so. So, der Marktplatz ist hier fertig. Hier werden wir dann Brot verkaufen. Freien Dorfbewohner, das macht die Kala. Allgemein, Markt für Brot. Genau. Na ja, gut. Unsere Schäfchen sind hier weiterhin beschäftigt. Die grasen hier. Und so bauen wir Stück für Stück jetzt eins nach dem anderen fertig. Und so bauen wir Stück für Stück jetzt eins nach dem anderen fertig. So, Abbau. Hier ist eigentlich alles abgebaut. Aufforstung. Hier könnte man aufforsten. Das machen wir auch. Ich werde hier irgendwo in der Nähe eine Forsthütte bauen. So, dann bauen wir eine Forsthütte noch. Haben wir hier irgendwie genug Geld, um eine Forsthütte zu bauen? Ja, Forsthaus. Das baue ich hierher. Ja, man muss halt so Schritt für Schritt immer weitermachen, weil sonst funktioniert das hier gar nicht. Natürlich wäre mir eine Bäckerei jetzt lieber gewesen. Wir haben einen Ritter, 19 bürgerliche, zwei Bürger, 24 leibeigene und drei Neulinge. Okay. Wir machen nochmal einen Soldaten. Hier geht auch langsam was vorwärts. Bei unserem Herdenhaus können wir mal näher heranzoomen, wenn es ist. Das wird unser Herdenhaus. Ah, die tragen schon fleißig Gegenstände hier rein. Also Holz und so weiter. Ja, und ich muss eine neue Fischerhütte bauen. Das tut mir jetzt leider, aber das ist so. Das ist ein bisschen schade. Okay. So, aber ihr habt es gesehen. Das war auf jeden Fall zur Foundation Video Nummer 6. Ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal weiter. Ich wünsche euch was. Bis dahin, wenn es wieder heißt Foundation mit eurem Ortega. Bye, bye. Bis dahin. 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 Untertitelung des ZDF, 2020